Wollen wir versuchen, mit den Mephiten ein bisschen Spaß zu haben? Hört doch auf! Was stellst du dir denn unter Spaßhaben vor? Perrin, hörst du mich? Sekunde. Mal gucken. Ich dachte einfach mal gucken, was die denn alle so machen. Also zum Beispiel, was macht Husti? Oh mein Gott. Dann hätte ich mich doch bloß auch auf den Stein gelegt.